Guten Tag und damit einmal ein Hallo aus dem Urlaub. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt seit Donnerstag und bis Mittwoch im Urlaub bin. Heute kommt noch ein Video oder ist schon online, weiß ich gerade gar nicht genau. Und am Dienstag kommt immer noch mal eins. Und ja, das war es eigentlich auch. Und dann einmal Hallo sagen. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie die Qualität ist. Und upload, lese ich dieses Anlass. Und tschö.